Wir tätowieren, Daniel. Wir begrüßen unseren Trainer Stefan Kämmer. aussieht, aussieht! 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 Ontstie! MACHE Also ich denk mal, Vida ist mit der fuckin movies vom Facebook oder sonst was. Da gibt es die schönsten Bilder, die könnt ihr euch dann auch runterladen, als Erinnerungen, also bevor wir jetzt hier irgendwelchen Menschen die Leibchen entreißen. Also, ich würde sagen, nochmal einen Applaus für unsere Mannschaft der Saison 2013 und 2014 in der Zweite Lieder.